hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen stream ja wie ihr es vielleicht schon gesehen habt oder gehört wie auch immer kapitel 2 season 2 und fortnight hat begonnen und ich habe die 55 abos geknackt von daher habe ich mir gedacht mache ich doch direkt erst mal livestream sorry leute ich musste noch einmal gucken ob kurz alles läuft da ich gerade kurz einmal ob ihr studio gemacht hat so dann würde ich sagen machen wir auch direkt nach vorne dann ich habe nur nix gesehen ich habe es auch noch nicht gespielt das heißt wir fangen jetzt direkt von vorne an nenne ich es jetzt mal sozusagen ich weiß auch noch nicht was es im battle pass gibt ich weiß noch gar nichts ich habe mir das extra vorher nicht angeguckt damit wir es zusammen erkunden können ab 19 30 oder früher oder ein bisschen später können auch alle mitspielen das heißt dann mache ich die gruppe auf öffentlich nehmen die ganze freundschaftsanfragen an aber die nehme ich generell an und dann spielt zusammen ok leute das sieht auch schon mal ziemlich nice aus ich weiß nicht ob es normal ist dass das hier so an der seite bleibt aber so dann warten wir mal schnell bis es geladen hat ich habe die auflösung auch relativ niedrig gestellt also auf 720p da ich bemerkt hatte dass wir umso niedriger ich die stelle umso weniger stützt der stream ab beziehungsweise das internet ich weiß nicht womit es zusammenhängt ok leute es hat schon mal ein komplett anderes bild bekommen jetzt bin ich ja mal gespannt auf den hintergrund aber es ist auch schon mal ein paar Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist dein Versteck. Kauf dir den Battle Pass, um dieses Agententeam anzuheuern. Muskelkater. Ein Feliner Vollstrecker, der gern die Krallen ausfährt. Midas. Ein Genie mit einem goldenen Händchen. Maya. Eine Spezialistin, die sich dir auf einzigartiger Weise anpasst. Und mehr. Im Laufe der Saison schließt du Missionen ab, um eine zusätzliche Variante deiner Battle Pass-Agenten freizuschalten. Ghost oder Shadow? Wähle mit Bedacht. Außerdem wirst du auf Missionen geschickt, die das Schicksal der Insel verändern werden. Für immer. Deine Zukunft beginnt mit dem Kauf des Battle Pass. Erhalte dein Agententeam, 1500 V-Bucks und brandneue Gegenstände. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Du triffst sicherlich die richtigen Entscheidungen. Viel Glück. Okay, Leute. Das ist schon mal ziemlich nice gemacht. Den Battle Pass kaufe ich mir aber gleich erst. Ich habe natürlich die V-Bucks dafür direkt bereit. Ich möchte nur einmal kurz den Ton ein bisschen anpassen. Denn ich weiß nicht, ob man das jetzt im Stream gut hört oder nicht. Okay, Leute. Ist Fortnite jetzt generell auf Englisch oder muss man das nur irgendwie umstellen? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, ist hier eigentlich schon ganz gut eingestellt. Von daher. Perfekt, Leute. Mache ich nur einmal Push to Mute on. Und den Voice Chat machen wir immer auf 0. Denn das ist der Sprachchat. Den brauche ich nicht unbedingt. So, perfekt. Was ist denn heute im Item Shop, Leute? Terra, Tech, Douglas Commando, Kuckuck. Okay. Battle Pass. Lol. Leute, die haben jetzt sogar Battle Pass in den Shop gepackt. Aber so wie ich sehe, gibt es jetzt auch ziemlich viele Skins mit Anzügen an. Ich weiß nicht, ob man die Bananen jetzt separat mit Anzug freischalten kann oder ob das im Stil ist. Auf jeden Fall kann ich nicht auf Stil bearbeiten drücken. Von daher würde ich sagen, Leute. Let's go. Wir gucken direkt mal in den Battle Pass rein. Okay. Ist schon mal deutlich anders aufgebaut wie sonst. Dann kaufen wir uns den einfach mal im Item Shop. Die Musik hört sich auch sehr gut an. Battle Pass kaufen. Kauf bestätigen. Let's go. Battle Pass freigeschaut. Okay, Leute. Direkt zum Anfang kriegt man erstmal Ausrüstungsspezialisten. Maja. Die sieht auch schon mal ziemlich nice aus. Die haben das jetzt sogar mit Waffen in der Hand sozusagen schon gemacht. Ja. Und den Bananen mit dem Anzug. Das sieht auch ziemlich nice aus. Ob die es jetzt wohl zwei verschiedene Skins sind oder ob die einfach einen anderen Stil haben. Leute, das sind sogar verschiedene Stile. Das heißt, das ist nicht der alte Bananen-Skin. Das ist einfach nur ein anderes Stil. Aber ich finde, die sieht besser aus. So, jetzt muss ich... Hier ist, glaube ich, der Battle Pass. Leute, das ist schon mal deutlich anders aufgebaut wie sonst. Hier sind dann auch immer... Ja, auch 104. Die wachsen so. Okay, hier kann sich dann ganz normal wie früher die Sachen weiterkaufen. Ah, genau. Hier kann man dann weiterblättern und sich den Battle Pass mal angucken. Rückenbewaffnung. Zieh die Spitzhacke von Brust direkt aus seinem Rücken. Als es war. Um ein wahres Nahkampfgewicht loszulassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Vorteil ist oder ob das einfach nur so geschrieben ist, sozusagen. Hier ist auch wieder ein Bonus. Bonus. Kartonknall. Entfesselt Tinas Karton in Formen mit dem Emoji Boom. Dem ersten Umwandlungs-Emoji mit Cell Shending. Ich hoffe mal, ich habe das gerade auch alles richtig ausgesprochen, Leute. Wenn nicht, tut es mir leid. Bonus. Bizeps. Ein Feliner Vollstrecker, der mit seinem integrierten Emote gerne die Muskelspiel lässt. Okay, Leute, das sieht ganz lustig aus. Würde ich sagen, gehen wir direkt nochmal weiter. Ich weiß, ich glaube, es gibt jetzt auch wieder das alte Level-System. Das bedeutet, man kann nicht so viel Level wie sonst spielen, sondern dass Level 100 schon besonders ist. Also nicht im Battle Pass, sondern das Level. Bonus. Bonus, Oli. Skys Begleiter kann sich in einen Hut, einen Hängegleiter und ein Fortbewegungs-Emoji verwandeln. Okay, das ist auch ganz nice. Die Spitzhacken sehen auch sehr gut aus, Leute. Ich glaube, sonst waren auch immer nur 1200. Wie wächst jetzt sind ja auch schon 1500 drin. So, Leute, der Level 100er-Skin hat auch ein Bonus. Goldenes Händchen verwandle Waffen und Fahrzeuge in Gold für die Dauer des Matches. Ich weiß mal nicht, was man mit Gold oder so machen kann, Leute. Auf jeden Fall hat sich sehr viel verändert anscheinend. Okay, hier gibt es dann noch einen Computer, demnächst. Tägliche Aufgaben sind hier. Okay, hier sind Herausforderungen. Die Agenten. Upgrade-Tresor. Hier ist keine Ahnung was. Schauen wir da doch direkt mal rein. Okay, Leute, das ist schon mal. Lol. Leute, das ist hier einfach... Die Aufgaben sind hier in so einem Computer aufgebaut. Das sieht auch ziemlich nett aus. Also es hat sich ziemlich viel verändert. Finde ich aber schon mal eine nice Veränderung. Wettkampf. Okay, hier gibt es jetzt ja auch nicht mehr so die Option. Ich weiß auch nicht, wieso hier Kreativmodus drin ist. Ich wollte sagen, die Option Herausforderungen. Die gibt es jetzt wahrscheinlich nur noch da, wo wir eben drin waren. Jetzt würde ich sagen, Leute. Let's go. Starten wir direkt mal in eine Runde rein. Ich muss nur noch mal schnell meinen Controller anschließen. Denn für die, die es nicht wissen, ich spiele auf PC mit Controller. Ich hoffe auch mal, der Stream-Boss und alles funktioniert. Denn ich hatte es schon öfters, dass der Stream, was nicht funktioniert hat, ich denn deswegen rausnehmen musste und so weiter. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich gewesen. Also wie es aussieht, geht eigentlich alles relativ gut. Ich glaube, ich stream heute so bis 21 Uhr für die, die es interessiert. Und jetzt bin ich gleich schon mal gespannt auf die Map, Leute. Okay, Leute, ist das nicht sogar noch die gleiche Map? Aber es gibt neue Orte anscheinend. Ich würde ganz gerne mal bei den in der Mitte direkt landen. Und wenn da schon ein Fragezeichen steht. Okay, Leute, es lädt gerade auch ziemlich doll. Ich werde die Aufgaben, so gut wie es geht, auch auf YouTube hochladen. Aber ich muss halt auch noch andere Tutorial jetzt nicht so machen. Aber ich werde versuchen, alles zu machen. Ja, bei mir ist Fortnite jetzt irgendwie auf Englisch eingestellt. Wir müssen gleich nach der Runde mal gucken, ob es auch noch auf Deutsch geht. Übrigens liegt es nicht daran, dass es Stream so leckt. Also der Stream leckt nicht doll. Es liegt gerade am Fortnite. Das leckt nämlich gerade ziemlich doll. Okay, lokale Herausforderung. Das hat sich auf jeden Fall, es sieht schon mal komplett anders aus. Hier sieht man jetzt auch die Level hier kann auf alles anzeigen. Okay, Leute. Die Pokale hier gibt es anscheinend jetzt auch aus 5 Plus. Okay, Leute, kennt ihr noch die, ähm, bei diesem Raumschiff? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie hießen. Stormtroopla, glaube ich. So was ähnliches gibt es hier jetzt ja anscheinend auch. Das ist schon mal ganz nice. Okay, Leute. Die sind sogar niedergestreckt und nicht gleich tot. Das bewundert mich jetzt ein bisschen. Okay, Leute. Eine lila, eine schallgedämpfte Skar. Oder die heißen jetzt anders. Ich weiß es nicht. Füge Handlangeren, Schaden, Schaden, okay. Okay, Leute, hier schießt noch jemand anderes auf die. Wir sind anscheinend auch noch andere Gegner. Okay, Leute. Ich muss mal eben gucken, ob man das auch noch irgendwie auf Deutsch anstellen kann. Das ist das, könnt ihr bitte mal in den Chat schreiben, ob es normal ist. Das ist so der Leck, dass man sich kaum sozusagen im Kreis drehen kann, ohne dass man sozusagen fast in der Luft stehen bleibt. Das vorne an die Revier direkt mal alles rein. Aber erstmal gucke ich jetzt, ob man sich auch noch auf Deutsch stellen kann. Nein. 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 Hier, nein. Okay, Leute, hier ist schon das Bestmögliche ausgewählt. Hier wäre noch was. Mit 148 F-S-M. Das wäre ziemlich viel. Deutsch, Deutschland ist schon eingestellt. Ich mache es einfach nochmal von vorne und so. Vielleicht geht es dann ja wieder. Nein, behalten. So. Stetigen. Ist jetzt alles auf Deutsch. Genau. Leute, jetzt ist auch alles auf Deutsch. Perfekt. Ich weiß nicht, wie so ein Xbox kommt. Ach so, nur allein, Leute. Das ist ja der Controller. Ist ja auch egal. Jetzt können wir erst mal richtig in die Runden rein starten. Ich würde sagen, wir erkunden auch erstmal alles, damit ich überhaupt weiß, wie wir was. Wir sind auch Level 3. Ich weiß nicht, wie viel es generell, wie viel mein jetzt generell schafft. In einer kurzen Zeit. Ich versuche auch so wenig wie möglich Aufgaben zu machen. Dann würde ich es auch noch richtig im Beispiel zeigen kann auf YouTube. Aber ein paar werde ich auch auslassen, die die selbstverständlich sind und so. Aber die etwas komplizierteren, wenn es überhaupt nicht gibt, werde ich natürlich zeigen. So, let's go. Ich würde sagen, ich lande mal hier oder ich, wenn wie auch immer man es nennen will. Vielleicht nehme ich auch wieder, lol. Leute, das Menü war der mal komplett verändert. Alles klar. Sieht aber, finde ich, besser aus wie vorher. Wie gesagt, ich würde auch erstmal alles erkunden, Leute, damit wir erstmal wissen, überhaupt, wie die Sachen heißen. Wir waren eben, weil wir ergänzt sie anscheinend. Okay, Leute, ich lande vielleicht doch was mal besser hier. Sonst hätte ich jetzt nicht Schnappschubringen brauchen. Aber kann das sein, dass die Namen auf der Karte vergrößert wurden? Laminäre Spielerwerken, du hundert oder mehr Konditionen und Schildschutz. Lande bei Lockhees, Leuchtturm, Arpressry und MountKey. Das sind ein paar Aufgaben zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, direkt bei den Gegnern zu lassen. Landen oder ob es sich eher lohnt, bei, also erstmal Waffen zu suchen und so. Ich weiß nämlich nicht, ob da Waffen rumliegen. Wäre nicht, wäre schlecht. Aber ich hoffe mal, dass da Waffen rumliegen, denn die waren ja eben gar nicht so schwach. Wenn das hier überhaupt wieder sowas mit dir, solchen Gegnern ist. Okay, Leute. Eine MP. Würde ich sagen, starten wir auch direkt mal und gucken, ob hier diese, ähm, sozusagen Bots auch sind. Glauben nämlich so, wie es gerade aussieht, gar nicht mal. Ich weiß noch nicht, wieso hier immer solche Fahnen sind, Leute. Ob das eine Aufgabe oder so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schlagen einfach mal, ist ein Teil kaputt. Okay. Bringt nix. Mount of Eight heißt das hier. Der Berg. Okay, anscheinend sind hier nicht solche Gegner. Vielleicht sind die auch einfach auf der Map verteilt. Aber jetzt gibt es ja, glaube ich, auch so eine Goldwährung oder so. Ich weiß es selbst nicht, Leute. Was wollt ihr eigentlich lieber, dass ich eher, ähm, Streams in Nine Seasons oder wenn was Neues kommt, eher darüber nichts weiß oder schon sozusagen alles weiß, was ich erklären kann? Schreibt es doch bitte mal in den Chat rein. Danke übrigens nochmal für die 55 Abos. Leute, wir sind jetzt schon wieder 56. Also danke dafür. Ich nehme jetzt einfach mal die lila Pistole mit. Denn generell spiele ich die nicht so gerne, aber im Gegenteil zu den anderen Waffen hier mag ich sie dann doch noch lieber. Aber jetzt leckt es auch gerade nicht mehr so. Das ist ganz gut. Würde ich sagen, geht mir auch direkt mal zu lazen. Denn ein paar bessere Waffen und Kills können auch nicht schaden. Okay, Leute. Loll. Man kann jetzt sogar für die Aufgaben die Lokale anzeigen. Wie heißt das denn? Das heißt, man muss nicht mehr Ewigkeiten suchen. Man kann es sich einfach anzeigen lassen. Loll. Okay, das ist nice. Ich glaube zumindest, dass es damit zusammenhängt. Genau wissen tue ich es auch nicht. Ich glaube hier hat doch gerade irgendjemand geschossen. Ja, da war auch jemand. Ich weiß nicht, ob das ein Bot ist oder nicht. Aber ich schätze mal, dass es kein Bot. Okay, vielleicht war es doch ein Bot. Ich weiß es nicht. Wenn es kein Bot war, hat er auf jeden Fall ziemlich komisch gespielt. So, da liegt hier noch irgendwas nicht. Hä, die Spiele alle so seltsam. Egal. So, der spielt auch so komisch. Von da kommen auch wieder welche. Kann sein, dass man jetzt seine eigenen Steps nicht mehr hört. Fand ich früher immer ziemlich nervig, aber ich höre so gerade zumindest nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade den Sound relativ leise gestellt habe. Okay, Leute, ich bin mal wieder komplett lost. Okay, Shadow Handlanger sind glaube ich die Bots. Das wird ein Bot gewesen sein. Loll, Bots können sich gegenseitig wieder leben, Leute. Wie geil ist das denn? Okay, Leute, die sind echt nur so schwach, aber nicht gerade stark. Okay, Leute, da kommt auch noch ein echter Gegner. Ich habe gerade nicht mehr viel geleben. Ich glaube zumindest, dass es ein echter Gegner ist. Ja, das ist ein echter Gegner. Okay, Leute, ich muss dich dringend erstmal heilen. Ich hätte die Bots jetzt irgendwie voll schwach erwartet. So, Leute, ich habe auch leider nur Verbände. Das heißt, ich kann mich nicht sehr gut heilen. Das wird wohl für das Erste reichen. Nachgeladen habe ich schon, nice. So, ich hoffe, jetzt ist er erstmal kurz zur Ruhe. Ja, perfekt. Loll, Leute, hier sind einfach so ein Riefen. Der scannt ein, Leute. Okay, nur für den Shadow irgendwas. Nein, schade. Kann man irgendwie die Kisten öffnen, wisst ihr das? Mal sehen, ob er die öffnet. Oder das liegt wahrscheinlich an bestimmten Skins, Leute. Vielleicht gibt es einen Shadow-Handlanger-Skin oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir können ja gleich mal eben gucken, ob es Shadow-Handlanger-Skins gibt. Gehen wir einfach einfach kurz in den Battle Pass. Battle Pass. Ähm, das ist Mutus. Das ist Tintor. Okay, wahrscheinlich werden die dann auch nicht Shadow-Handlanger-Skin heißen. Ich weiß es nicht. Das wird dann wahrscheinlich hier im Bonus stehen, Leute. Aber ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich gucke noch einmal schnell durch. Okay, Leute. Hier ist keiner von Shadow-Handlanger. Shadow-Handlanger. Aber ist ja auch egal. Was gibt es hier denn für Herausforderungen? Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, Leute. Hier muss man sich jetzt mal zurechtfinden. Hier waren, glaube ich, die Herausforderungen. Ich bin auch hier im Computer. Ich finde, das ist auch ziemlich nice gemacht. Okay, man muss erst mal einen Brief oder so finden. Ich glaube, der Höchste ist jetzt auch schon irgendwie irgendwas über Level 100. Karriere. Ah, Leute, sind hier vielleicht die Aufgaben? Nein. Also ein Match mit mindestens 10 Illuminierung gewonnen. Ach so, Leute. Das sind nur die Stats. Um 19.30 Uhr spielen wir. Lass ich übrigens auch. Mache ich übrigens auch die Lobby auf öffentlich. Das heißt, da kann jeder mitspielen. Das ist auch noch eine Stunde hin. Ach, Leute, jetzt habe ich schon wieder nicht den Skin gewechselt. Ich weiß auch nicht, ob der einen Bonus hatte. Sonst würde ich den auch nehmen. Aber ich glaube, der hat keinen Bonus. Irgendwie habe ich das Gefühl, meinen alten Skinz hat mir mehr Glück gebracht. Aber das liegt einfach jetzt daran, dass ich schon seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt habe. Aber... Mich wundert es auch, dass das Internet noch... Dass das Internet oder beziehungsweise der Stream noch kein einziges Mal abgestützt ist. Ach, Leute, jetzt land ich einfach mal irgendwo. Ich lande bei... Ja, okay, Leute. Ich lande jetzt einfach mal bei der 4. Ich weiß auch nicht, was es da mit sich aufsichert. Mit aufsichert. Das sind dann sozusagen die Aufgaben, glaube ich. Was ich vorhin auch schon vermutet hatte. Das sieht fast so aus, wie wo die Rakete rausgekommen ist, Leute. Aber da schaffe ich es jetzt erstmal nicht hin. Ich lande erstmal hier. Hier ist auch direkt ein Boot. Braucht hier zwar keinen Mensch, oder doch hier ist ein Fluss. Ich habe eben gedacht, das ist hier einfach so... Okay, da liegt auch ein Jumppad. Ach, stimmt ja, Leute. Die Jumppads sind ja auch wieder drin. Aber ich glaube, die wurden ja schon letztes. Sie sind wieder eingeführt. Relativ am Ende. Das ist hier noch irgendwas Interessantes. Gut, eine Kiste, Leute. Ich mache jetzt übrigens auch Instagram. Und schaut doch gerne mal bei meinem Erskanal vorbei. Ist beides in der Videobeschreibung verlinkt. Was ist ein Köder, Leute? Er schafft war ein Köder mit aussehender Spielers, der die Granate geworfen hat. Noll. Leute, hier kann dann einfach Helfer sozusagen spawnen. Ah, das ist... Noll, das ist mega geil. Okay, Leute, das ist mal... Das gefällt mir. Da die auch gar nicht so wenig Schaden machen. Ist das gar nicht mal so schlecht? Ich weiß auch nicht, wo die hinlaufen. Ist der gerade ertrungen? Okay, Leute, die leben anscheinend nur... äh, eine gewisse Zeit lang. Auf jeden Fall ist er hier nicht mehr. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Gegner sind wieder besser geworden im Gegenteil. Zuletzt, dass sie sind. Und dieses sozusagen mit diesen Klongranaten finde ich relativ geil. Fernsehenladung gibt es auch wieder. Ist mir eben gleich aufgefallen. Ich weiß gleich, wie das ging. Okay, hier ins Wasser könnte man es zum Beispiel werfen, damit L2 sprengt. Ah, perfekt. Nur den Fisch wollte ich haben, aber natürlich kommt nur ein Grauer raus. Naja, wenigstens eine blaue Tactical. Und angeln wir uns den Rest mal eben. Denn ein paar Leben könnten nicht schaden. Ich komme mir hier gerade vor, wie ihr größt sind. Leute, der rein gar nichts von Fortnite weiß. Neu, der goldene Pump. Also das klappt. So, 100 Leben haben wir schon mal wieder ein Jumppad. Liegt ja auch noch. Die Angel würde ich erstmal wieder... Ach, Leute, ich behalte die Angel erstmal. Ein bisschen geschildt wäre auch nicht schlecht. Ich würde sagen, jetzt spüre ich aber auch erstmal wieder ernst. Also nicht im Sinne von ernst, sondern immer noch ganz normal halten. Nur, dass ich sozusagen gleich wieder ein bisschen eingespielt bin, sozusagen. Ich bin zu lost, Leute. Ja, ich bleib erstmal bei den grauen Sturmgewehr. Leu, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah, jetzt geht's hier doch. Neu, es ist anscheinend auch ziemlich buggy, so wie es aussieht. Oh, ein Schildes, Leute. Habt ihr eigentlich diesen Moment, wenn man gerade einen Dicken Schild getrunken hat, in der gleichen kleinen Fündnis? Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht, Leute. Ich gucke hier erstmal alle Räume durch. Hier sieht nicht so aus. Sind auch wieder drei Zuschauerleute, nice. So, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zum Frenzy Farm. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wo jetzt die Buds sind. Ich stream jetzt seit ein paar Minuten, zehn Minuten. Und ab 19.30 Uhr können alle mitspielen. Das bedeutet, jeder kann ein paar Runden mitspielen. Damit ich mich erstmal ein bisschen hochlevenen kann. Aus wie ein Standbild. Sorry, wenn ihr euch gleich einmal kurz doppelt hört. Denn irgendwie glaube ich, der Stream hat gerade wirklich ein Standbild. Aus wie ein Standbild. Oh ja, okay. So, Leute, jetzt geht's wieder. Nur grüne Pum. War da gerade keine Muni bei? Na ja, ist ja auch egal. Das sollte ja eigentlich wieder alles gehen. Perfekt. Die Muniere-Spieler, während du insgesamt 100 oder mehr Konditionen hast, äh, Konditionen und Schild hast. 1 slash 5. Okay, Leute. Einen haben wir, das heißt, 5 müssen wir. Äh, 4 Leute müssen noch killen. Mit mehr als 100 Leben. Oder halt Schild. Je nachdem. Wir sind auch schon vier Zuschauer. Und das, obwohl wir gerade mal... Das, obwohl ich gerade mal 10 Minuten Spiele. Schreibt doch mal gerne in den Chat, wer gerade alles dabei ist. Okay, Leute, irgendwo läuft hier jemand. Aber die Frage ist, wo? Okay, Leute. Ja, nice. Der hat einen Ska. Und Schildis. Das ist auch gut. Ich glaube, die könnten ein Endgame ziemlich nützlich werden, werden die da einfach so placed. Werden sich davon ziemlich viele sammeln, die dann einfach alle auf einmal platziert. Daraus könnte man auch eine Challenge machen. Gewinne mit, ähm, Köder. Das ist eigentlich eine recht gute Idee, Leute. Was wartet ihr davon? Okay, ich habe gerade gedacht, endlich eine Taktiker. Auf einmal fällt mir auf, ich habe ja eine Goldene. Das war es mal wieder komplett. Hi, ist ein Passager. So, Leute, wo sind denn hier die Gegner? Wie gefallen euch eigentlich die Non-Skins, falls ihr die schon gesehen habt? ok leute snipe tun die hier gerade ganz schön gefährlich läuft ob das bots sind die snipen gegen wende wisst ihr wo der ist leute ich bin zu lost um zu sehen wo es ich baue mich einfach mal entgegen auch hier hoch leute bitteschön ist ja ok leute irgendwie bin ich gerade komplett lost aber irgendwie haben die den ton von den schüssen anders gemacht ich habe nämlich gar nicht gehört woher er kam schnell körper so leute ich wusste mal wieder meine alten skins aus irgendwie habe ich damit mehr glück m so wo ist denn der liebe geheimagent um geheimagent 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 die herausforderungen angezeigt hat wo man die sachen fertig machen muss so die irgendwie lebt von euch doch gerade ziemlich lange finde ich von den runden her aber naja so findet ihr dieses um neue emoji seiten leute ich finde es eigentlich recht nice aber brauchen tut man so nicht unbedingt ich weiß auch nicht ob sie jetzt die neue engine also die bessere grafik so zu sagen gemacht gemacht haben oder nicht da das ja für PlayStation zum Beispiel nicht so gut gehen würde das sollte werden auch den Stream Rekord geknappt 5 Zuschauer ich glaube ich will noch mal hier landen denn da bin ich davon so schnell gestorben übrigens Leute ich mache jetzt auch Instagram die Euro Account ist auch in der Videobeschreibung verlinkt ich glaube es habe ich so vorhin schon mal gesagt wenn ja die Leute sind die sind ja noch nicht die Leute ich glaube es liegt einfach am Ort direkt ist bei mir so fort das ist eine Musik als Tür die Leute Ok Leute hier lande ich definitiv nicht wieder selbst die Runde eben auszumachen also auf schließen zu drücken hat ja schon lange gedauert wie bewertest du generell die granaten wird und ich mag es eigentlich möchte und daher gebe ich meinen fünf punkte so zu sagen wo empfiehlt ihr mir zu wo ich landen soll leute ich hab mir heute gedacht wenn ich heute noch die 55 Abos knacke kann ich ja noch den 55 Abos Special Lasty machen jetzt sind schon wieder 56 also danke für den heftigen Support Leute wird nicht mehr der Schaden angezeigt doch wahrscheinlich weil es bei denen noch nicht geladen hatte ich glaube stimmt ja Leute ich hab eben gedacht die ähm Leute die im Stream zu gucken haben da oben gleich bestimmt aber hatten sie jetzt ich werde glaube ich bevor ich alle in die Lobby reinlassen so für die die neuen sind um 19 Uhr 30 nehme ich mal alle Freundschaftsanfragen an der Ficknam und alles ist in der Videobeschreibung verlinkt dann nehme ich alle an dann können mit spielen sozusagen mache ich immer ein paar Runden werfe ich die raus und der schnellste wieder reinkommt kann wieder mitspielen auch wenn es die gleichen sind ok Leute ich glaub wirklich die Botzen überall verteilt denn die laufen jetzt ja auch im Klassenpack rum hätte dann eigentlich Lust nachher mitzuspielen schreibs doch gerne mal in den Chat rein ähm so den Chili nehme ich den trinke ich erstmal Leute ich hab nur irgendwie Angst dass hier gleich wieder so ein Bot reinkommt die Animulation für die ist wirklich äh recht nice gemacht ach Leute wie ich diese Waffe vermisst hab ich kann damit so immer komplett schlecht anvisieren aber ich kann damit so immer komplett schlecht anvisieren aber macht schön damit ja perfekt Leute das Kind bringt mir mehr Glück wie ich schon vermutet hab ich glaube es gibt ich glaube das Team hat heute sogar relativ wenig Verzögerung die Leute das ist natürlich gefährlich Schade ich würde sagen wir spielen auch einfach mal eine Runde ähm Teams Leute oder Leute soll ich die Lobby jetzt schon auf öffentlich machen was wollt ihr lieber was wollt ihr lieber ähm Pustitor kann ich an genau ja dann sollte eigentlich alles passen kommt Leute ich mach die Europäer jetzt schon mal auf öffentlich ich okay Leute hier war das glaube ich genau dann hier auf friends only Perfekt ja ich würde sagen ich mach einfach nur mal eine Teams Runde an ähm let's go also manches haben die noch nicht auf deutsch übersetzt Phil und sowas wo ich die Sprache eigentlich auf deutsch gestellt habe aber ist das nur mal eine die 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 so markiert man die läutern eben habe ich mich eben vertippt denn ich habe eben aufgedrückt und habe gedacht wieso markiert er den jetzt nicht an ja genau die um die um die stimmte ich angemacht und sie sind und die da zu tun dann werden wir auch einfach direkt könnte ab jetzt übrigens auch alle schon für die die geraten neu sind Leute, bei mir steht einfach im Studio, also wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, der Stream ist seit weniger als einer halben Minute online. Ja. Mit einer halben Minute sind auf YouTube anscheinend, ich glaube, das sind jetzt schon fast 30 Minuten. Leute, 43 Minuten zu ihm, ich jetzt sogar schon. Ja, klar. Klauen mir mal eben die Waffe. Naja, obwohl kann man es Clown nennen, Leute. Oh, Leute, guckt man einmal nicht hin. Okay, Leute, wenn gerade der Stream lag, tut mir leid, ich kann gerade nicht gucken. Leute, ich stelle mich mal eben in die Ecke, denn ich kann gerade irgendwie selbst nichts tun. Ich weiß nicht, okay, Leute, ich glaube, das ist ein Gegner. Okay, Leute, eine schöne Pump, oder besser gesagt Tactical, kann auch nicht schaden. Seltsamerweise sind bisher die Gegner in Teams nicht so schwierig wie in Solo. Okay, das ist der Teammate. Ups. Ich höre aber irgendwo noch eine Kiste. Und jetzt sind wir wieder auf dem Dach. Schade. Kriegt man Fallschaden, wenn man von hier runterhüpft? Wir hoffen aber mal nicht. No, es kann noch mal nicht. Okay, nein, man kriegt kein Fallschaden. Perfekt. Okay, schon wieder die Klongranaten. Ich weiß gar nicht, ob die Schaden machen können, oder ob die nur zur Ablenkung sind. Okay, Leute, hier ist gerade jemand gestorben. Ist der bei uns gelandet? Nein. Okay, Leute, dann können wir ihnen auch nicht helfen. Oder ich, oder wie auch immer. Okay, Leute, die gehen schon hin, aber ich glaube nicht, dass es... Ich komme einfach mit, aber ich glaube nicht, dass wir es in 64 Sekunden schaffen. Also, ein Versuch ist es wert, Leute. So. Okay, ich habe mich eben schon gefragt, wer markiert hatte. Ah, Leute, jetzt werden auch eben mal wieder die Leben angezeigt, eben, falls ihr es gesehen hatte, von Winter, ähm, Winter already, wurden ja eben nicht die Leben angezeigt. Er steigt einfach aus. Alles klar. Ich kann gerade irgendwie Autoren nicht deaktivieren. Ich muss nachher nochmal in meinen Steuerung gucken, was da los ist. Okay, Leute, hier ist noch eine Küste. Den trinken wir mal ganz schnell, Leute. Kann ja nicht sein, dass alle 50 Schild haben, aus sich. Leute, irgendwie sind meine Tasten komplett umgelegt. Na ja. Vielleicht wurden sie auch wieder umgelegt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was hoch für ein Level ist, wenn jetzt ungefähr, so wie ich, 43 Minuten oder so die Season spielt. Leute. Stimmt, ja, Leute im Vorsport hatten ja gesagt, es gibt jetzt keine... Also, hatten die ja Kartons gezeigt, wo drinnen man sich verstecken kann. Aber man... Man kann die Team jetzt einfach rauswerfen, Leute. Okay, das ist irgendwie... Okay, das sollten sie vielleicht noch mal ändern. Ich weiß auch nicht, ob das zusätzlichen Schutz gibt oder nicht. Leute, jetzt kann ich ihn nicht. Ach, egal. Ah, Leute, sind das dieses Slurp. Ja, genau, das sind dieses Slurp-LKWs, wodurch man das Schild und die Leben kriegt. Ja, jetzt zeigt YouTube auch an, dass ich seit 46 Minuten live bin. Ach, Leute, wir haben ihn vergessen. Habt ihr diesen Reflex, wenn ihr angeschossen werdet? Ich wusste von wo. Okay, die von da. Und dann einfach so sinnlos irgendwas baut. Ich hab auch keinen Sniper. Ich hab noch keine einzige Sniper gefunden, die ganze Zeit. Aber irgendwie ist meine Grafik auch ein bisschen runtergedreht, hab ich das Gefühl. Also, ihr seht's ganz normal. Aber mein Bildschirm... Vielleicht ist mein Bildschirm auch einfach ein bisschen dreckig. Das kann auch sein. Nein, der ist so gut wie One-Shot, Leute. Alles klar. Ja, er war so. Wie One-Shot. Das war perfekt, der halt nicht. Leute. In der letzten Season habe ich mich irgendwie so gefühlt, dass alle sozusagen die größten Loops sind. Okay, wie schnell ist denn die Zone? Komm, der Season fühle ich mich irgendwie, dass ich komplett die ganze Zeit gekillt werde. Komm, komm, komm. Let's go. Okay, die Zone ist nicht weit weg. Die Gegner waren nicht schwach. Ich lege den Löcher von einem Medikator hin. Wenn sie nicht schon selbst eins haben. Ja. Einer hatte selbst eins und zehn und der andere hat jetzt auch eins. Das liegt wahrscheinlich daran, Leute, ich glaube, das ist nicht mehr das alte Level-System. Das bedeutet, dass man gewenkt wird, sondern einfach, dass jeder gegen jeden spielt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als gut bezeichnen soll oder nicht. Ich kann nicht markieren, Leute. Wieso nicht? Ach, man kann nur noch auf dem Boden markieren? Alles klar. Könnte man nicht früher auch in der Luft markieren? Lagt da gerade XP drin? Ich meine, XP-Münzen gab es ja auch schon vorher, aber... Ja, er fährt erstmal weg. Bye, bye. Okay, Leute, der hat erstmal ein paar Hits kassiert. Mal sehen, ob da oben ja auch jemand drauf ist. Nein, natürlich nicht. Ich habe hier einen schlechten Winkel. Ich sehe rein gar nichts. Okay, Leute, ich hoffe, er läuft da nicht direkt hin. Ansonsten stehe ich hier alleine. Oder ich laufe einfach mit, aber dann werden wir wahrscheinlich beide abgeschossen. Nein, Leute, die Zone kommt auch schon wieder. Für die, die gerade neu dazu gekommen sind, Leute, ihr könnt jetzt auch alle joinen. Das bedeutet, jeder kann mitspielen. Okay, Leute, alles klar. Das war es mal wieder komplett mit der Runde. Ich gehe einfach mal raus. Ich glaube eh nicht, dass ihr das noch schafft. Ne, der hat noch 17 HP. So, Leute, ich mache jetzt kurz eine kleine Pause. In der Zeit könnt ihr, wenn ihr mitspielen wollt, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken oder direkt in die Gruppe beitreten, falls ihr mich schon als Freund habt. Der Epic-Name ist einfach YT, also alles großgeschrieben, unterstrich 4x668, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann starten wir auch gleich nach der Folge direkt. Sofortner ist auch schon beigetreten, Leute. Okay. Leute, haben die mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Oder hab... Ich füge sie einfach mal hinzu, Leute. Ne, ich schicke den dann eine Freundschafts-Refrage. Naja, Leute, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal eine kurze Pause. In der Zeit könnt ihr euch sammeln. So. Dann würde ich sagen, Leute, bis gleich. Vielen Dank. 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 So, äh... Mal sehen, wo er landen will. Ich mach jetzt einfach mal bei Francie. Ich hoffe mal, man hört mich jetzt auf Bildung. Okay, Leute, ich hoffe, es brummt jetzt nicht zu stark im Hintergrund. Sonst muss ich gleich einfach nach der Runde nochmal gucken. Denn ich musste gerade ein bisschen was verstellen. Manchmal habe ich mein Mikrofon. So komisch. So komisch, oder besser gesagt, mein PC, dass man mich kaum noch versteht. Wie wahrscheinlich ist es? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jede Runde keine Waffe kriege, Leute, und dass ich mit dem Tod geschossen werde? Die Leute hier ist auch gerne laufen. Also, Leute, ich kann ihnen jetzt noch helfen. Ich habe so wenig Leben. Ich habe so wenig Leben, von daher vermute ich, ich werde auch eliminiert, aber... Alles klar. So leute ich hoffe, jetzt brumm ich nicht mehr so doll im Hintergrund. Ja, perfekt. Jetzt bin ich zwar auch wieder ein bisschen leiser, aber... Also, für die, die gerade neu dazugekommen sind, ähm... Ihr könnt auch alle mitspielen. Ihr müsst mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, oder wenn ich euch schon als Freunde habe, müsst ihr einfach beitreten. Ähm, wie ich heißt, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja klar, kannst du mitspielen, TCJ-Klam. Du musst einfach, ähm... Mein Epic-Name steht in der Videobeschreibung. Oder, du siehst den Netzwerk auch gerade auf dem Bildschirm, musst du mich ändern. Ähm, die Gruppe ist auch öffentlich, kannst du einfach beitreten. Komm, um 20 Uhr, äh, okay. Okay. Ja gut, ich stream bis 9, das heißt, bis 9 kann noch jeder reingehen. Ich weiß auch nicht, wieso er grad nicht aus der Gruppe rausgeht. Ja, äh, okay, dann musst du mir um 20 Uhr einfach nochmal schreiben, oder wann ich dich einladen soll. Und den Namen musst du dann auch einmal dazu schreiben. Nice, TCJ-Klam. Ich komme in dieser Season bisher überhaupt nicht zurecht. Der letzte war es so einfach. Ja. Die letzte fand ich war ziemlich einfach durch das Banking-System. Diese ist jetzt wieder gegen viele Schwitzer. Wie gesagt, Leute, ähm... Ihr müsst mich einfach nur ändern. Dann müsst ihr mal schreiben, was ich euch einladen soll oder einfach beitreten. Die Gruppe ist auch öffentlich. Man hört mich aber leider nur über Stream, über den Stream. so was ich dann auch machen kann. Ich hab' das gemacht. was ich dann auch erst mal wird. Kann man ihn muss. Das ist nicht auch nochmal, weil man eine Waffe noch hat. Wie würde man dann Aussehen wollen, wenn den anbelangt in der Hand machen würde. das ist eigentlich normal leute das und die sachen noch auf englisch sind denn deutschland schon eingestellt und sehen wo er landen will die leute haben schon wieder ins rekord gebrochen wird zwischen 6 zuschauer um kompletter rekord so für die liegenden zwei lösungsaufsage ihr könnt mit spielen muss mich er von der epikamente steht die beschreibung die sie auch gerade auf was ist so man hört mich allerdings über stream und man wird euch auch nicht das ist nicht auch noch das war glaube ich eben der Rüste ich wusste ob ich den jetzt mit oder ob der mir eine geschickt hat. Also ob ich ihn dann schicke. Ich weiß noch nicht, wie die Freunde im Film werden, aber... Diese Musik im Hintergrund irritiert den Fettbewerb. Die Leute, die waren bald auf einem Menü gestellt. Ups. Ich muss eigentlich sofort noch hin. Oh, er ist tot, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo das da ist. Sonst wäre ich schlau. Okay, Leute, meine Waffenordnung ist gerade komplett komisch. Besser gesagt habe ich gerade gar keine Ordnung drin, aber... Leute, was glaube ich denn gerade noch in 120? Für die ich es übrigens soll ich mitgekriegt haben, Leute, ich mache jetzt auch Instagram. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ja auch wieder ein gutes Deutsch. Der Link ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dixi-Klo, okay. Dann weiß ich es fürs nächste Mal, wenn da jemand stirbt. Ich habe übrigens, dass der Stream so eine Verzögerung hat, Leute. Aber wenn ich die niedrige Stelle stürzt der Stream oft ab, das ist dann noch ein bisschen nerviger. Flippig ist in New Party. Äh, ich habe keinen Namen, wer Flippig ist. Flippig ist, Leute. Und ich weiß auch nicht, was eine Party auf dem PC ist. Also auf der Playstation gibt es ja... Achso. In der Gruppe beigetreten. Nice. Und du aus dem Stream kommst, dann schreibt es doch gerne einmal in den Stream-Chat. Oder Tanz einmal, oder wie auch immer. Okay, kommt anscheinend los den Stream. Und das war einfach nur Zufall, ich weiß es nicht. Hm. Das ging gar nicht theoretisch gesehen auch. Nee, wenn ich den jetzt noch finde, Leute. Komm. Zu spät. So langsam fühlt sich die Lobby-Leute. Ich werde übrigens die, wenn noch andere mitspielen wollen, werde ich die, die schon länger bei sind, auch erstmal rausgehen. Das bedeutet, sie können wieder reinkommen, wenn halt die neun erstmal beigetreten sind. Hab ich Teams angemacht, Leute? Egal. Übrigens nicht wundern, hier an der Seite steht ja die Tasten von dem Controller. Die oben kommt PC. Ich hab halt die Kontrolle am PC angeschlossen. Das hat übrigens mal ein total sinnvoll. Das ist zwar eh die Masken, aber wie man das anschließt, dann schreibt es doch auch gerne mal. Äh, dann. Ja, schreibt es doch auch gerne mal. Ich wollte gerade sagen, dann schreibt es doch auch gerne mal in die Kommentare. In einer Wiedergabe kann man so machen, aber nicht, wenn es gerade live ist. Die sind auch alle? Ja. In einer Wiedergabe. Ja, hier landen auch alle perfekt. also die zuschauer sind also beziehungsweise der support auf dem kanal ist echt nass ich habe hier ist irgendwie 14 videos drauf und wir sind schon 56 abos beim erstkanal habe ich jetzt schon fast 100 videos und ich weiß gar nicht wie viel 28 abonnenten die leute ich lass ihn jetzt einfach mal davon kommen schild ist erstmal sicher hier ist er hier nicht darunter gesprungen egal ich hoffe mal es holen wir auch noch in diesem moment wenn die euch wenn sich der kontrolle einfach auslockt die leute kann ein dicken Schild trinken dann hat er voll Schild die überhalte ich erst mal ausreden und macht braucht schildszeichen war da nicht gerade ein Pampa markiert ich habe mal gespannt ob wir heute noch 57 abo stoffen Leute das wäre so sehr heiß früher den kanal aufgemacht habe ich gedacht schön wenn ich irgendwo mal zehn abos schaffe wir sind jetzt ich glaube es ist mal schlau zu zahlen aber ich weiß es nicht ich werde mich erst mal schnell No Chance No Loll was war das Leute das war wahrscheinlich irgendwas von diesem Bonus Wovon sie auch geschrieben haben ich weiß nicht Leute ob gerade noch alle zugucken oder hoffentlich rausgegangen sind sind wir jetzt gerade nicht so sicher ok Leute vielleicht wärst du erst gleich erstmal sicherer sich irgendwo irgendwo hinzugehen wo es nicht so gefährlich ist nur Leute ich hab eben gedacht der Überschnitt steht im 5-Apo-Special hab mich eben schon gewundert so gewinnen sollte ich es jetzt 56 Apo-Special oder sogar ich geh erstmal raus Leute dann warten wir einfach in der Lobby denn ich weiß nicht ob die anderen jetzt auch nicht mehr zugucken oder schon ich hab nämlich keine Ahnung so Leute wir brauchen jetzt noch ein vierten Team mit dann sind wir voll ok handlanger Tarnung nice ok Flippi Dings äh Flippi irgendwas hat auch verlassen ich kann ich kann Leute ich kann man Steuerkreuz nicht hier auch da bewegen ich kann es nur noch hier nicht zu sofort nach hin alles klar jetzt wird der Maus doch jetzt gehts auch wieder ach ist ja auch egal ich mach erstmal Dinos an Leute ich mach erstmal Dinos an Leute ich mach erstmal Dinos an Leute ich hab da auch gerne alle in die Lobby rein Leute der Fickname ist in der Videobeschreibung Gruppe ist auch öffentlich das heißt jeder kann mitspielen tut mir übrigens leid falls ich grad ein bisschen lost bin was gibt's denn eigentlich so viele Herausforderungen Leute tägliche Eliminierung mit Scharfschützengewehr hab noch ganz gefunden macht ihr noch bereit oder macht ihr nicht bereit dort mit beim Hochbrot perfekt es ist übrigens auch immer schwierig euch gezielt anzuladen da ich relativ viele Freunde hab da ich früher mal angenommen habe ich meine das mache ich auch immer noch das auch in was von Raubüberfall Blacking und ich glaube das ist sogar auf die ersten Leute das wird nicht mehr ich glaube das ist sogar auf die ersten Leute ich glaube das ist sogar auf die ersten Leute das optimistisch ich bin ich lade mich gleich nach der Runde ein ich bin ich glaube das ist auch einfach weil wir gelten also schon eine Freundschaftsanfrage oder sind wir überhaupt schon Freunde denn eigentlich solltest du auch einfach beitreten können Achso, geendet hast du ja geschehen ähm, kannst du nur eine Freundschaftsanfrage schicken Sorry übrigens, dass ihr mich so total verzögert hört das ist halt, sonst ist der Stream sozusagen halber Hauptstützen die Streams auf das Witz ich streamen auf dem PC ich ähm, habe einen Kontrolle angeschlossen was mit mach ich eigentlich mein gar nix mit die Leute wenigstens meine Prank zu anfangen die Leute mit zwei Pumpen und Zeichen mehr soviel anfangen ähm, TC-J-Klan soll ich gleich einfach kurz warten in der Lobby, bis du drin bist oder bist du nicht getetet hast oder wie so immer du kannst auch einfach deinen Epiken Namen sonst rein schauen dann kann ich dich direkt enden oder besser gesagt kann ich hier eine Freundschaft noch nicht ich kenn mich hier in den Gang so gut wie rein gar nicht auf Leute wo geht's hier raus? wo geht's hier raus? ok, cool Leute, hier ist eine Piste wo Leute, was ist das für ein Gewehrleute ähm, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt aber ich kann ihn ja einmal in den Chat schreiben ich hätte nicht gedacht, dass das, äh, wäre so stark aus, Leute hab den, ähm, Namen in den Chat geschrieben nicht wundern, ich bin grad mit meinem 4x2618 Account, ähm, drauf so, man kann das einfach zerhacken so, man kann das einfach zerhacken ich kann die Kiste vorhin gar nicht öffnen, Leute da braucht man da irgendwas bestimmtes für auf den Lingemals wird an oder unter die hast gang Beauty welt� nur einladen kann ich halt erst nach der Runde braucht er die oder braucht er die nicht anscheinend braucht er die nicht naja da ist wenigstens noch 8 Minuten drin Lotto naja Lotto vielleicht wird er uns ja gleich zum Sieg verhelfen können ja hab's gesehen um dass der Gruppe übergetreten ist musst du eben noch warten bis wir die Runde zu Ende haben dann kannst du mitbringen braucht man dafür noch was für den Ehren dort? ah lol die Bots hören auch keine Schallgedämpften also hören schon aber wer ganz nah ist das ist jetzt ne TJC Clan kennt ihr das Lotto? er hatte denn in der letzten Saison irgendwie am letzten Tag 5 Rinds jetzt in der Saison gewonnen ich bin schon wieder ich bin schon wieder Da oben, die Füße öffnen, dann wieder helfen. Das sieht geil aus, Leute. Ja, ja. Oh, das ist gut. 19.45 Uhr. Soll ich es dann gleich so lange noch aus der Gruppe gehen? Oder bis das rausgegangen? Oh, das ist gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, Leute, ich mache jetzt auch erst mal eine kleine Pause. So lange gehe ich auch noch aus der Gruppe raus oder gehe ich raus, Leute. Ich bleibe erst mal drinnen. Ihr seht es ja gerade, das heißt, ihr könnt verlassen, wenn ihr jetzt nicht so lange warten wollt. Dann könnt ihr nachher wieder reingehen. Auf jeden Fall mache ich jetzt erst mal eine kleine Pause. Ich bin dann in fünf bis zehn Minuten zurück, je nachdem. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Loll-Lotter stream das hat fünf Leben abgezogen gekriegt und das Prozent muss man das nicht verstehen viel mit der neuen Season aus, laute ich nicht Tj, 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 Tj Mal sehen wo sie landen wollen es wird gehen nicht in den Streams oder wenn ich rede ich habe sie würde mich mal interessieren nicht in den Streams oder nicht in den Streams oder nicht in den Streams? so hier war natürlich keine Wache so ja geht so übrigens dass ich immer so leise bin ich muss nur gucken da das sonst nicht im Hintergrund irgendwie so anhat wie so ein Propeller so zu sagen in meinen alten Videos hört man das auch noch zum Beispiel in dem was eigentlich am besten angekommen ist auf meinem Kanal da habe ich über 90 Lachs oder so auf jeden Fall war das das mit dem ähm Rette die Welt ähm Wackpipsen worauf hat er grad geschossen? ja das ist geil das ist geil dass man dann die Gegner sieht blab hier einfach mal was wird umso hat irgendjemand noch nicht 50 Geld hier ich block ja einfach mal was wird Kann ich mitmachen? Äh, Rüpplix, äh, SR, IMS, klar. Du musst einfach eine Freundschafts-Anfrage schicken. Der Epic Name ist auch in der Videobeschreibung. Du kannst einfach beitreten. Und dann kannst du ganz normal mitspielen. Umso mehr, umso besser. Du musst dann noch die Runde warten. Okay, die Schild ist ja einfach mal. Okay, Leute. Äh, okay. Du musst dann gleich einmal gucken, ob die Gruppe voll ist. Wenn ja... Bin ich rausgekommen. Ich frag dann einfach im Live-Shirt nach, wer dabei ist und wer nicht. Jetzt ist ja gerade 55 Abos Special. Das heißt, die Abos und die Zuschauer halt spielen mit. Was? 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 Nicht du? Okay, ich guck gleich einfach nochmal, wenn ich in der Lappe bin. Die Gruppe voll ist oder nicht. Wenn ja... Ähm... Ich krieg einfach hier rein. Wenn ja jemand raus, den ich im Live-Shirt ist sozusagen oder im Live-Stream ist. Das muss man wieder komplett. Die Leute nehmen wir mal eben an. Wir haben heute alle möglichen Spieler, Leute. Xbox, Switch, äh, PC, PlayStation hatten wir glaub ich auch schon. Ich spiel ja auch auf PC halt nur mit PlayStation-Kontrolle. Ich spiel ja alles ab, okay? Du kannst mal gucken, ob du reinkommst oder nicht. Ich hoffe mal, du kommst rein. Ja, ich hab dich nah genommen. jetzt sind alle so perfekt sie haben heute eigentlich so für den ganz der neue oder es ist noch der alte Das sieht immer aus, wenn man die Tasche raushört Oder besser gesagt, dass der Tasche raushört Oder wo auch immer So Leute, wo waren jetzt die Gegner? Oder besser gesagt, seine Teammates Ich glaube, die neue Engine haben sie jetzt auch nicht reingemacht, denn ich merke irgendwie rein gar nichts, was es anders ist Außer, dass mein Bildschirm weg ist Versteckspackung Die hatten wir da vorhin schon mal gefunden Wo der, ich weiß nicht mehr, wer es war Ich bin übrigens noch bis 21 Uhr Das heißt, noch ungefähr anderthalb Stunden Stehen die einfach so Können die einfach so rumstehen oder sind da Leute? Achso, die können auch so rumstehen Ok, schießen wir hier trotzdem Leute Ich bin zu los, Leute Oh, ein Sturm sind ja Leute endlich Ich bin zu los, ich bin zu los Leute, war da nicht sonst nochmal Tonleuleuten? Hm Kennt ihr noch diese, die man werfen konnte, diese Geschenke? Ich denke immer, das ist so ein Geschenk, was man werfen kann, wo Waffen drin sind Okay, da hinten wollen sie hin, in die Zone Bis jetzt waren es auch noch nicht so im schweren Gegner Naja, kann ja noch weiter So, Schillis, bin ich eh schon voll Also, ich kann keine mehr mitnehmen Geht nur auf Neu Leute, ich hab noch keinen einzigen Kill Äh, äh, ja 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 Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Sog. ich glaube ich muss wirklich mal wieder mehr spielen Leute so ist leise und schneller das auch direkt ich glaube für euch endet der stream sogar später wie 9 also da ihr ja also man hört mich selbst und ich höre andere auch nicht als du reden wolltest auch so wird er hat jetzt auch mal medikete löser dabei das ist der Sturmgewehr oder der Schallgedämpft besser ich nehme glaube ich jetzt mal ich nehme einfach das normal mit Leute doch das war es auch mal wieder komplett wieso geht doch ja wir haben hier gleich ein kleines Problem wir können gleich kein Team mehr spielen das heißt einen muss ich gleich rauskicken ja ok wir sind wieder nur noch 4 ok nochmal Glück gehabt ich hatte es nämlich schon mal habe ich gestreamt dann ist auf einmal mein PC abgestürzt das war ziemlich ärgerlich heute läuft ja generell aus flüssig am Anfang war es ziemlich leer die 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 ganz leise und 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 ab und ab So, wo sind hier noch Gegner, Leute? Ich kann's jetzt halt auch nicht kaputt schlagen, wenn da oben jetzt ja auch gerade wieder ist. So, lass los. Ich hab eben gedacht, wir laufen da vorbei. Den Liga an der Schwere stoppen, das ist nicht schlecht. Ein Hai-Übersucher, den nehme ich erstmal nicht mit, Leute. Denn sonst könnte ich auch keine Schildis und so mitnehmen. Das wäre ein bisschen, naja. Okay. 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 So. So Leute, wo sind die letzten Gegner? Die letzten Gegner und rollen Gegner sonst noch. Oh ja. Weit können sie nicht weg sein. Okay. Vielleicht können sie wirklich nicht wechseln. Okay. So. 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 Leute. So. 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 so Schafft es oder schafft es nicht Leute Aber es sind doch noch vier Gegner Ne äh, drei Gegner Leute Schaden Egal Leute, jetzt sind wir auch vier gegen vier und nicht mehr drei gegen vier Die Leute, wen werfen jetzt raus? Ich will einfach mal sagen, ich will den noch nicht im Chat gesehen, ich will den auch normaler Freund Ja Gruppenkeile Ist ja egal, T, J, T, Kla Das ist gerade In der So Leute, ich kann nicht mehr sprechen Ja, tut mir leid, Black King Ich lass erstmal nur Leute aus dem Stream Ich mach's erstmal auf Privatleute Ja, fast im Wind, das stimmt Ähm, ich glaube, du, T, J, T, Kla Hm Tom, Achterdy, kannst du bitte bereit machen? Oder erstmal aus der Runde überhaupt rausgehen? Ich würde es jetzt einfach sagen Nee Das Duo geht ja nicht zu dritt Ich würde jetzt einfach Teams machen und Ja So ist es in Season 9? Ja, das ist in Season 3. ich mache die umgekehrt wieder auf öffentliche Bild also Black King Ich muss halt nur gucken, dass die Lobby nicht voll ist, Leute. Da ich jetzt erstmal nur Leute aus dem Stream nehme. So. So, ich bin da alle rein. Mal sehen, wo sie landen wollen. So, das ist eigentlich viel rein. So, ich bin da jetzt die andere. So, vielleicht nicht die Schlauße. So, ich bin da jetzt die Idee. Um ein Haus zu landen ab. Wow, da gibt es sogar wieder Leute. was wünscht ihr euch eigentlich nur Videos ich hatte nämlich auch schon überlegt einfach mal Video zu machen, wo ich frage was ihr gerne gesehen wollt ich hab's auch noch ein paar Tutorials, die ich noch machen muss zum Beispiel die Plätschirchen, weil die Daten von Fortnach raus oder auch überspringen wird sowas aber würde mich trotzdem mal interessieren, was ihr eigentlich relativ gerne sehen würdet so Leute, grüne Taktiker, brauche ich jetzt ja nicht Gegner, Gegner, Gegner Gegner, Gegner, Gegner so Leute, dann würde ich sagen, pushen wir die auch direkt mal Leute, was ist was Leute, geh ich jetzt einfach rein? Ist das zu riskant? Ich weiß es nicht, ich geh einfach rein die Leute, ich wollte zwar eigentlich noch gern, wo die anderen Gegner sind, aber das ist ganz einfach perfekt das 56 Abo ist ich weiß, morgen hatte ich mir gedacht dann kann ich heute ein 50 Abo screen machen wenn ich heute noch das ein wie ich heute noch ein Abo knackeln, jetzt sind 56 dann heute Mittag ungefähr geworden hallo ich glaube hier waren ja auch die Bots auch komplett hinterher die Leute, das schwere Sturmgewehr finde ich eigentlich immer relativ geil Telefonzellen, Leute ich glaube man braucht so ein Telefonzellen, dass man sich daran stellt und dann sozusagen umgekleidet wird, aber ich weiß nicht genau wo das geht und wenn ich mich jetzt hier so scannen lasse, denn ähm ja, bin halt kein Shadow hat langer mein Arm soll sich gelockt die ganze Zeit aus oder besser gesagt, mein Arm hat einen C. oder wie auch immer ich jetzt gerade irgendwie selbst nicht mehr zusammen wollte Ah, nehm ich die mit, nehm ich die mit, nehm ich die nicht mit? Loll? Äh, alles klar? Die Telefonzellen gibt's nicht in der Umgebung? Oder was meinst du? Die Leute, die Magie. Sorry, sie markieren wieder, ne? Eine Stunde ist nämlich auch noch. Mal sehen, ob wir heute sogar noch die 57er geschaffen, wäre sehr nice. Ich werde auch bald mal versuchen, wieder ein bisschen aktiv Videos zu bringen. Und ein paar mehr leistens. Ich muss nur gucken, der Algorithmus, was ja, also, das ist einfach mal Rhythmus und wird ja schlechter gewendet. Und wenn man viele Videos hat, die Schlechte haben, die Schlechte haben, kann ich generell der Kanalschlechte gewendet. Da darf ich über weniger Videos auf, aber werter für besser gewendet. Das war, glaub ich, diese... ...Bot-Spawn-Granate dort. Ich bin so ein bisschen unerwärter. Ich bin so ein bisschen unerwärter. Ich bin so ein bisschen unerwärter. Loll. Von dem Poglo haben wir, glaube ich, die Neustartkarte. Genau, dann können wir gleich erstmal neu starten. Perfekt. Oh, Leute, hier sind doch noch Schillis. Ab zum Neustartkuss. Man kann Heilung werfen? Wie das? Neu. Stimmt, ist das neu? Also, es ist neu. So, dann kann das nicht. Aber irgendwie... Achso. Gut. Wird das dann direkt markiert? Ja. Loll. Braucht man, also Bandagen-Basooker kann man natürlich immer noch Leute mitteilen, aber dann ist die Bandagen-Basooker ja gar nicht mehr so relevant, wenn man viel verwendet hat. Die Bandagen-Basooker war generell nicht sehr relevant, aber... Sorry, Leute, ich habe kein Garten-Basooker mehr. Okay, Leute, jetzt muss das Deck voll funktionieren, ich habe nichts gewonnen, oder? Okay, wir sind alle schon. Mal sehen, was heute noch schaffen, ein Live-Steam zu machen. Ja, sonst bräuchte man die Heilbesucher ja generell auch nicht mehr so unbedingt. So sind wieder alle drin, sofort nach Torm. Ich bin jetzt eigentlich in Wettbewerbsleutung. Stufe 8. Rückengeworfen, ZD-Spitze von der Brust direkt aus dem Rücken aus dem Rücken aus dem Rücken aus dem Rücken. Was soll denn im Kreativmodus machen? T, ja, T, klar. Sorry, Bringslotto, dass ihr es mehrmals schreiben müsst. Ich beantworte schon, wenn ihr es schreibt, aber der Stream hat halt Verzögerung. Aber wozu willst du denn Kreativmodus? Let's go, Loser. Die No-Skin gibt es auch noch, den hab ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. So, so richtig. So, let's go. Bis 4,005, Leute. Hm, Leute, bei welchem Haus lande ich? Hier oder hier? Wie immer ne Mut dran bist du? So, Leute, wo ist der denn noch schweig? So, Leute, wo ist der denn noch schweig? Leute, er hatte sogar Minis an, das glaubt. Okay, Leute, ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt gegen die hier dann mit dem Spiel auf dem Spiel. Nice, sofort nur Trock schon mal ein. Okay, Leute, hier bin ich, glaub ich, gleich erstmal sicher, wenn er mich gehalten hat. Okay, Leute, hier bin ich, glaub ich, gleich erstmal sicher, wenn er mich gehalten hat. Also, einfach mal Sini, das fiel auch mal ein, das wäre sehr gut. Okay, aber ich bin bei den Torben, das wäre sehr gut. Ich habe den Weg geholfen. ich würde zwar gerade ganz gerne die Neustackate von dem Proclo holen, aber das wird wohl schwierig. Man will einfach hochgehen. Also falls du es gerade im Sprengen hast. Okay Leute, passen sie anscheinend nicht mehr. Zero, null, vier, joinet your party. Oh mein Gott Leute. Nafi. Endlich mal vernünftige Waffe, Nafi. Ah, sehr gut Motto. Die sammelt man für einzeln? Einzeln auch? Ja. Ich lege die hier einfach mal markiert hin. Ich war aber endlich mal richtiger Loot. Vielleicht sollte ich mal mitkämpfen. Ja. Wo ist der Kammel denn? Ach hier. Ich weiß nicht, ob er den Schildi noch braucht. Ich glaube schon. Ja. Ja. So Leute. Ich glaube da stammeln wir nämlich lieber mit wie das König. also das grüne Saitenstein wieder ich mach dir die Waffen hier einfach einmal an falls du noch einen braucht ich könnte eh nicht hören von daher das bedeutet übrigens wenn man in einer Party auf der Playstation oder so ist Leute wir sind wieder 1,3,3,4 Leute das war es nicht das war glaube ich auch schon mal im Stream beigetreten ich weiß es nicht, das ist auch schon ein bisschen her ich glaube er sollte sogar zuschauen können ich weiß es aber nicht, also wenn man halt in der Halle steht also die so mal sehen wo sie hinwollen also markiert haben sie immer noch in salty springs mal sehen ob sie da auch hinwollen oder nicht immer wenn ich hier bin lekt man spügt komplett wie oft habe ich das wort komplett gerade in diesem satz gesagt ach egal leute was passiert wenn man ins feuer springt gar nichts war das da gerade ein gegner leute ich glaube den können wir relativ leicht auseinander nehmen ich habe hier eh gleich keine munition mehr laut wo Was ist hier noch irgendwie Muni? Ich hoffe mal. Denn ohne Stromgewehr Muni? Ja, könnte es. Okay, Leute, das war's mal wieder komplett. Hä? LOL, haben wir davor nicht zwei gekillt oder war da schon wieder ein anderes? Das ist also ein Andruck. Oh, Leute, waren hier nicht gerade auch noch Schusszeitungen? Ich weiß jetzt nicht, ist er überhaupt noch online. Wenn ich jetzt mal runterscrollen könnte. Ich darf ihn einfach einmal an. Wenn ich beitritte, dann ist es wieder so. Was? Er war ja eben beigetreten, aber ich weiß nicht, ob er wieder rausgegangen ist. Druckbereiche. Bereit du? Das ist schön zu spät. Obwohl ihr seht, den Stream in der Verzögerung. Nächstes Mal kann ich aber direkt bereit drücken. So, natürlich lade ich noch ein letztes Mal ein, so. Ich weiß nicht, Lotte, soll ich gleich nochmal ne Runde Solo spielen oder nicht? Ich weiß nicht, Lotte, soll ich gleich nochmal ne Runde Solo spielen oder nicht? Wie gesagt, Black King, ich bin schon rausgegangen. Ihr seht das halt nur mit Verzögerung. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. So, habe ich schon. ich habe ihm gedacht du meintest wenn man noch in der runde drin ist Trost Trost nur noch so gesehen bringt sie nichts mehr von ihnen dankt von daher außer vielleicht für aufgaben aber das war ja nur letztes diesen also bisher ist es zumindest noch nicht glaube ich wenigstens etwas wir müssen ganz leise reden damit er uns nicht hört besser gesagt ich muss ganz leise reden so er hatte sogar ne ähm ne tactical dabei nur haben mich alle beidings macht die leute das war dumm hier hinzugehen so 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 was war das so so naja leute ähm ich hatte eigentlich gesagt extrem bis 9 ich höre jetzt aber gleich erstmal auf also tut mir leid für die die noch weitergucken wollen oder gleich noch mitspielt wollen aber wir sind jetzt ja ich bin jetzt eh schon seit zwei stunden live von daher das reicht glaube ich erstmal ich glaube ihr solltet jetzt noch fort so leute also danke für den heftigen support auch im live stream wir sind jetzt schon mal zwei abos mehr geworden zwei abos mehr geworden das heißt wir sind schon bald die 60 obwohl der live stream eigentlich für 55 abos special war aber ist ja auch egal nach der runde höre ich trotzdem erstmal auf allerdings hoffe ich das äh allerdings hoffe ich es hat euch gefallen ja also sozusagen nach der runde dass es euch gefallen hat wow sie haben mich sogar noch genutzt Leute ich hab grad den geist sofort nach geguckt ich hab nur das Geräusch gehört ich hab keine Waffe naja eine Pistole hoffen wir mal dass ich die Pistole kriege die Pistole naja einen hab ich noch nicht gesehen naja Leute ich hörts noch erstmal auf ähm tut mir leid ich hatte eigentlich gesagt bis 9 aber ich hoffe es ist nicht so schlimm ähm dann würde ich sagen hab noch einen schönen Tag oder besser gesagt einen schönen Abend schaut doch auch gerne mal bei meinem Instagram Account vorbei der ist in der Videobeschreibung verlinkt und bei meinem erstkanal dort mach ich mich auf den Roblox der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt und dann noch einen schönen Abend und ciao